Hallo und herzlich willkommen hier bei shank 2 part, sorry mein Mikro, ähm, part 6, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt 8 parts insgesamt, ähm, oder 8 Missionen und ich bin bei der Mission 6, Human Cargo. So, schauen wir uns das mal an, äh, wir haben hier, oh, wir spielen die Dame, cool, wir können zwischen der Sense und, ähm, dem Schwert uns entscheiden, schwierig, die Sense ist, ich probiere mal die Sense, Revolver finde ich, äh, immer geil. Und, äh, Granaten. Dann, die hat dann auch verschiedene Skins. Ob das von Street Fighter ist? Na, man munkelt. Naja, die Mission 6. Der Soundtrack ist übrigens cool. Ich hab mich sonst nicht viel, ähm, so über Soundtracks, ähm, informiert oder interessiert, aber der ist cool. Fällt mir schön positiv auf. Ich bin doch auf... Mach mal ein bisschen lauter so. Ähm, ich bin doch auf die Dings... Wenn ich die Mission oft genug mache, bekomme ich das Achievement, ey. Komm, komm. Ah, jetzt. Wir spielen die böse Dame. Ey, die Sense ist ja wohl megageil. Aber, ich, äh, ich schätze mal unten ist noch was. Ein, ein Drink, den wir auch bitter nötig haben, denn wir sind ziemlich stark angeschlagen. Boah, der Revolver ist mega cool. Das war's? Oh. Naja, okay. Ähm. Ähm, äh, 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 äh. Das war's. Auch mit Gehe. Boah, frecke gleich. Hier geht's anscheinend weiter, aber... Äh, äh, hier geht's auch noch nach oben. So. Cyclops Biographie. Ja, das... Das hat sich doch gelohnt, das zu holen. Boah. Die Sense ist mega cool, ey. Obwohl das Schwert wahrscheinlich agiler gewesen wäre. Weil das ist schon ein bisschen träge. Oh, man. Oh, man. Ja Äh Probieren wir es nochmal Müssen wir uns das nochmal holen Ja Das war's mit dir Oh, ne, der ist noch hier Yo Yo Bomb eh Zack Boah, das war ja wohl Ein megacooler Move Wuh, 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 wuh Du kommst nicht an mich Oh, doch Äh Genug Ah Cool Aber hier ist noch Was zu trinken Und ein Nebenraum Zack Tanker Info Okay, das hätten wir dann auch Ich will aber Granaten haben Eine nur Okay, dann Dann behalte ich doch die Tretminen Was haben die nur für komische Dolche in der Hand Aber wir sind hier gerade anscheinend auf dem Schiff Wir waren ja vorhin mit Schenk auf dem Äh, am Hafen Aber jetzt sind wir beim Schiff Alles schön aus der sicheren Entfernung hier Weeeeee Weeeeee Die ist aber nicht so kraftvoll Ist ja mega stark die Waffe Krass Es ist aber kein Problem Es ist aber nicht so kraftvoll Es ist aber nicht so kraftvoll Wenn wir auf den Schiff dann können wir uns die sind Die sind Die sind Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Zerreiß euch in der Luft, ey. Nuh? Und aah. Okay. Huh? What the fuck? Was ist da denn passiert? Hä? Moment. Uiuiuiuiui. Ah. Ja. Hier oben ist nichts. Zack. So. Bisschen. Wie ein Affe. Aber naja. Links können wir nicht. Sie kann auch an Wänden entlang. Oh. Ein Eisboss. Ein dicker. Nicht schon mit dem dick, aber. Oh, Zangrief. Erinnert mich an Zangrief. Wieso nur? Nein. Ich hab versucht, diesen Fernkämpfer erstmal, äh, loszuwerden. Mein Handy kringeln. Wieder. Mal. Immer während der Aufnahme, ey. Ich bin ein Chiller. Zangrief. Uiui. Zangrief. Ich bin ein dicker Trank. Bin wieder fast voll. Das ist ja voller Taten dran, ey. Cool. Aber es ist auch mal geil, Abwechslung hier drin zu haben. Denn, äh, ja. Shape ist cool. Aber die Dame hier ist auch nicht schlecht. Ich frage mich, wie das Schwert ist. Weil die, die, die Sende ist schon cool. Hey, die Waffe kenne ich doch. Die hat auch, äh, bei Super, Super? Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, mit dem Superhelden. Auf jeden Fall hat er das auch, auch in Rot und, und, die, damit hat der Verbrecher gejagt. Jetzt mal den da erledigen, ey. So. Wir haben das Gröbste schon mal erledigt. Ja. Zack. Und jetzt müssen wir wieder volles Leben haben und setzen unsere Reise fort in dem Tankerchen. so oder so ähnlich hatten wir doch schon eine Stelle gehabt. Nochmal einen Trank. Den brauchen wir aber nicht. Das erste etwa der Ed-Boss. Oh, er hat die Schlüssel zu irgendwas. Zu einem Container und da sind wohl die Geiseln drin. Ja. Das müssen wir natürlich ändern hier. Hi. Ich lege mal so eine Mine. Piu. Piu. Piu, Piu. 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 Piu, Piu. Piu, Piu. Oh, Schlüssel. Schlüssel. Da, 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 da. Da kommen welche mit Fallschirmen. Piu, Piu, Piu. Piu. Ich kann mir immer mehr. Und nun? Hä, was musst du denn? Ach so. Und nun? Okay, ich hab die Sequenz aktiviert, das heißt, ich bekomme schon andere Gegner. Ein dickerer Gegner übrigens auch. So, oh nein! Hat er mich doch noch gepackt? So, oh nein! So, oh nein! Ah, hier ist noch ein zweiter Schlüssel. Ah, für den zweiten Container. Den Nugget nehmen wir. Pah, Killer Moves hier. Ey, ich bekomme ordentlich auf die Fresse. Das will ich nicht. Wui, wui. Noch ein Schlüssel. Yes. Oh, da ist ein Trank. Ich sollte den hier erstmal erledigen und den Dingens öffnen, den Container. Oh, hi. Wieso sind die Bossgegner immer so dick? Immer. One on one. Cyclops, the Caged Beast. Oh, hey. Der ist ja gemeingefährlich. Ja. Yo, das sieht ganz, ganz schlecht aus, wenn ich erwischt werde von dem. Oh, das dauert ewig mit denen. Yo. 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 Das war's für heute. Ja, klar. Ich hab den doch schon zur Hälfte. Jo. Och, shit, ey. Mann, ich hab mir doch so viel Mühe gegeben bei denen. Ganz hinten erwischt er mich nicht. Komm her. Habe ich doch schon wieder ein Drittel, ey. Und ich hab noch fast volles Leben. Ich kann das sogar als vollzählen, glaube ich. Ey, diese Fernkämpfer nerven mich einfach nur. Na? Komm. Nein! Äh, ja. Das wusste ich nicht. Nein! Das wusste ich auch nicht. Äh, aber jetzt haben wir alle Todesmöglichkeiten. Rausgefunden und können es in der Zukunft, äh, erstmal verhindern. Da, 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 da. Nein! Hat er mich erwischt, ey. Ra-ra-banga! Ra-ra-banga! So, jetzt bekommst du auf die Fesse! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. I-i-i-i-i-i-i-i-ih-ha! Haben wir doch schon zwei Drittel abge- Oh! Zwei Drittel abgezogen. Und er mir eigentlich noch gar nichts. Und? So. Das ist so... Spannend. Nerven zerreißend hier schon fast. Hab ihn doch schon fast. Aus Jux einfach das Trinken. Brauch ich ja eh nicht. Oh. Habe ich kurz gepennt. Ich dachte ich wäre sicher hinten. Zack. Das war der finale Stoß. Jetzt wird ihm ein Zahn gezogen. Ne doch nicht. Ein Auge. Ich dachte man zieht ihm einen Zahn. Und zack. Ja. Das war's mit Cyclops. Jetzt hat er nicht nur noch ein Auge, sondern gar keins. Woher nehmen sie sie? Das ist der Sonnensatz. Was ist das? Ich weiß nicht. Wir werden nur bezahlt. Magnus macht was er mit ihnen will. Und danach... Zack. Ihm werden Zähne gezogen. Ähm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war... ein... ein... relativ... oder sehr langer... sechster Part. Ähm. Danke. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.